. Ciao. Happy birthday. Hey, Glückwunsch. Und der Ander. Bitte. Hey, viel Glück zum Geburtstag. Danke. Hast du auch? Ja, ich kann auch. Du auch? Du hast auch Geburtstag? Nein, du auch. Du bist auch welcome. Alles Gute zum Geburtstag. Da haben sie sich aber gut zusammengetan. Ja. Es ist morgen um 10 Uhr plus minus. 28.10 Uhr. 20.24 Uhr. Wie das Tradition ist, ist heute ein Feiertag bei Gangoluege. Und wir sind heute, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte von Gangoluege. Alle drei unterwegs auf dem Schiff Richtung Verkehrshaus. Nachdem wir alle im Verkehrshaus angekommen sind, dann laufen wir ins Casino, wo wir nachher unser Glück versuchen. Spaziergang vorbei. Wir sind jetzt vor dem Casino. Da kommt man nämlich am Geburtstag gratis rein. Das gehört zu unserer Tradition, dass wir für unseren Verein 28.10 Uhr Merci für diesen Rasenmäher. Dass wir für unseren Verein 28.10 Uhr versuchen, unser Vereinsvermögen anzureichern. Mal schauen, ob wir heute Erfolg haben. Schon seitdem ich aufgestanden bin, habe ich heute ein ganz gutes Gefühl, dass jemand von uns drei eigentlich fast als Millionär aus dem Casino rausläuft. Ich kann noch nicht sagen, wer, aber ich glaube, zwei verkacken komplett und verlieren alles. Und diese cashen richtig ab. Das spielt doch keine Rolle. Wir gehen das Kollektiv hier rein. Alles Geld ist Vereinsgeld. Wir waren jetzt eine gute Stunde im Casino. Das Fazit ist ernüchternd. Wir haben insgesamt 60 Franken verloren und 4 Franken gewonnen. Also ein Minus von 56 Franken. Jetzt haben wir unserem Ziel der Yacht 56 Franken weniger weit. Aber das nächste Jahr gewinnen wir. Das spüren wir. Nächstes Jahr gewinnen wir. Wir sind sehr gut gelaunt, denn wir haben jetzt ein super leckeres Mittag gegessen im Bierli beim Friends. Wir sind noch am letzten Bierli und Käffeli dran. Und nachher trennen sich unsere Wege wieder. Und jeder macht noch etwas für sich selber an seinem Geburtstag. Wir wären dann übrigens nächstes Jahr auch wieder da. Also man kann sich schon mal den 28.10.2025 am 12. einschreiben, wenn man Lust hat, mit uns zusammen an unserem Geburtstag zu Mittagessen zu gehen. Es gibt auch Leute daran, nicht raufzukommen, aber wenn die Apfriesern möglich ist. Das ist perfekt. Was muss ich sagen? Kannst du noch einen Abschluss zusammen sagen? Zum Wohl und alles Gute. Das wird auch hier. Das war ich. Das war's für mich. Mach auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017